Hey und Willkommen zu Episode 4 meines Cyberpunk 2077 Let's Plays, dann wollen wir gleich mal weitermachen. Genau, letztes Mal haben wir hier aufgehört in dieser All Foods Factory, All Foods Fabrik, wir wollen uns mit Maelstrom treffen, dann machen wir das mal. Oh, wir können was kommentieren. Komm, ich will doch nur die Munition looten. Oh, da oben. Okay, da ist was runtergefallen. Warum nicht? Nehme ich auch. Ah, Desinfektionsmittel. Man weiß nie, wann das mal wieder nützlich wird. Und Tier 1 Item Komponente. Interessant. Ist hier noch was drin? Bisschen dunkel alles. Naja, wir kommen trotzdem an unseren Loot. Was ist das? Eine alte Dose, ich werde nicht mehr. Und echtes Wasser mit Sprudel drin. Und irgendwas saures. Na gut. Hier noch irgendwas. Ich sehe nichts. Dann gehen wir mal weiter. Ich kann hier jetzt auch nicht komplett leer rollen. Das ist unfreundlich. Ah, hier ist was drin. Getragene oder benutzte Cargo-Pants. Warum nicht? Interessant. Ja, die kann ich gar nicht leiden. Generell kann ich gar keine Minen leiden. Nicht mal die im Füller. Damit habe ich mir als Kind immer die Hände bekleckst. War immer eine Riesensauerei. Deswegen halte ich mich fern von allem, was eine Mine hat. Ja, Kugelschreiber sind in Ordnung. So. Oh, da oben ist auch Zeug. Aber ich glaube, das kann ich nicht so direkt nehmen. Hey! Schön auf den Ton aufpassen. Ganz schöne Schreihilse hier. Also nicht die nettesten Typen auf jeden Fall. Ja. Das sagst du mir? Genau. Oh, schöner Name. Ja, ja. Immer ruhig mit den Nerven. Wieso haben die alle so einen Scheiß im Gesicht? Hilft das beim Sehen oder nur bei der Einschüchterung? Sieht total dämlich aus. Ja, gut. Setz mal uns auf die bestimmt keimfreie Couch. Ah. Ja, das läuft ja gut. Schießen wir unseren Weg raus? Ah. Ja. Sei mal am Anfang mal ganz brav. Was ist denn das Asthma-Spray? Na gut. Ja, viel besser. Nicht wirklich. Ich merke keinen Unterschied. Na gut, fang an. Ah, hier ist eine Kiste. Hier ist eine Kiste. Model MT-Zero D-12. Nehmt es sehen. Seid euch. F***ing. F***ing tricked out this thing. Dynamic Thermo-Optik Camo Armor. Full cognitive immersion with a Raven controller. Pinted out prototype actuators made of titanium-vanadium Kevlar composite. Ja, aber auch nicht. Was für ein freundliches Arschgesicht. Was für ein freundliches Arschgesicht ist, ich glaube mit dem können wir nicht verhandeln. Was können wir denn machen? Oh, wir können ihn direkt erschießen. Das wird, glaube ich, nicht funktionieren. Oh, jetzt haben wir ein Problem. Ich dachte, das geht irgendwie daneben. Ja, gut. Nein, dumm, dumm. Dich mochte ich ja irgendwie. Na ja, er hat zuerst angefangen zu schießen. Da ist das dumm, dumm. Eine Tech-Weapon. Oh, die schießen durch Hindernisse. Jackie, entspann dich. Ich muss looten. Und ich muss hier alles aufräumen. So. Sonst kriegt man Probleme, wenn die irgendwie weitererzählen, dass wir hier verantwortlich sind. Deswegen keine Zeugen. Außerdem können wir den ja nicht so leiden lassen. Und was ist hier drin? Ein Industrial Shutter. Alles klar. Ein Rulebook. Oh, hier ist noch was. Irgendein Manual. Steel Pipe. Javelin. Clear View. Ein Visier. Schön. Unordentlich Credits. Das gefällt mir. Was liegt denn hier noch? Nur ein bisschen was zu essen. Den Burger und den Burger können wir leider nicht aufsammeln. Was haben wir denn? Messages. Hey, or your head will explode. Interessant. Die gehen wir jetzt nicht alle durch. Boah. Hier ist nichts so wichtiges drin. Zumindest vom Titel. Gehen wir mal weiter. Irgendwie noch was. Uh, hier sind Waffen. Kommt man da ran. Ich schätze nicht. noch einmal kurz die Lage scannen, wie es so schön heißt. Und dann muss man anscheinend hier die Leiter hoch. Ja, geht durch. Muss ich jetzt als erster durch. Ah, nein. Nicht sehr ideales Placement. Schön den Loot einsammeln. Wir können hier nachher schauen, was das so im Einzelnen ist. Hier One-Item-Komponents. Irgendwann werden die Glob auch sehr wichtig. Ups. Da war ich nicht sehr gut im Klettern. Uh, sieht aus. Ja, Medizin. Ein Capacity-Booster. Und ein Medical Gauze. Der Gauze. Keine Ahnung. Oh, gut. Es ist offen. Let's go. Okay. Ich spring runter. Oh. Nochmal Desinfektionsmittel. Ich glaube, heute ist mein Glückstag. Und irgendwie Neotech-Pants. Was auch immer die bringen. Neue Hosen, dazu sage ich nie nein. Also in den meisten Fällen nicht. Da ist eine Kamera. Äh, die macht man doch einfach mal aus. Oh, der sieht mich da hinten ja beinahe. Muss ich hier schleichen? So, jetzt sieht er mich nicht mehr. Ach, ich habe vergessen, dass sie ja bisschen... Hallo Jacky Wells. Die sind ja bisschen spongy. Das heißt, so ein klarer Headshot bringt da nix. Was? Ey, der wollte mich hacken. Das mag ich nicht, wenn Leute das versuchen. Oh, die Tür ist ja noch zu. Kann ich das abbrechen? Ja. Geht das durch die Tür? Ich glaub nicht. Nö. Verschwindet nur Munition. Dann können wir ja erstmal hier looten. Und wie... Hier ist auch was. Okay, ein Terminal. Mal irgendwelche... Transport. Also ey... Okay, sieht nicht so interessant aus. Files. Achso, das sind glaub die... Informationen... für den Militech Transport, den sie bekommen haben. Und wir haben Geld gefunden. Das ist immer sehr schön. Ach, Jacky ist da. Da ist eine Kamera. Jetzt ist sie nicht mehr da. Äh... Das klang wichtig. Ich glaub ja. Wir machen die mal fertig. Dann ist es bisschen ruhiger. Schön auf die Rübe zielen. So. Wo bist du denn hergekommen? Möcht den los, Jacky. Ich muss jetzt noch mal kurz zurück looten. Das wichtigste zuerst, dass irgendwo eine Kamera macht. Zwei Kameras waren da. So. Und da oben ist noch Loot. In der... Im Körper einer bösen Person. Und wie komm ich hier dran? NDA. Okay. Haben die Non Disclosure Agreement unterschrieben. Ich weiß zwar nicht, was mir das bringt, wenn ich das aufsammeln. Oder wie viel der Wert ist. Ich nehm's aber trotzdem mal mit. Na okay, das ist laute Werbung. Beinahe hätte ich die Waffe hier übersehen. Und hier ist ja nochmal ein schöner Loot. Okay, da ist er ja. Er hat um Hilfe gebeten. Soll er Hilfe erhalten? Da ist irgendwas. Okay. Dann machen wir mal das weise und entschärfen den. Ich glaub das hat was mit Brick zu tun. Genau. Oh, mehr Medizinzeug. Was ist das? Ah, auch so ein Laptop, Wackenkoffer, was auch immer. Oh, wir haben ein Local Network. Was haben wir denn? Hier ein Surveillance System, Überwachungssystem. Das schalten wir doch einfach mal aus. Kann ich nicht? So ein Jammer. War sonst noch was? Files. Nö, sieht auch nicht gut aus. Urgent. 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 Penis. Nano. Gels. Gamalert. Ohne. You guys know. Oh. Ah. Bricks been demoted to cage duty. Der Code ist 9691. Er haltet's für euch, ihr. Ja. 9691. Äh. Nein. 9691. Ah, sehr schön. Es fühlte sich wie eine fucking Eternität da. Sieht ein bisschen, als ob wir deine Haut geschaffen hätten. Ich glaube, wir würden uns ein Favorit machen, hombre. Jesus. Lass uns vielleicht. Ich werde dich holen. Was hat mich in einem schlimmen Zeitpunkt gefangen? Wenn wir uns wieder treffen, ich werde dich holen. Ich werde dich holen. Na, das klingt doch gut. So, eine Person gerettet. Weiß nicht, ob das der richtige Call war. Wir werden sehen. Da ist auf jeden Fall Loot. Das interessiert mich jetzt. Was? Ja, okay. Ich dachte gerade, das fast können wir irgendwie mit interagieren. Slaughterhouse Prime und irgendwas mit Granatapfel. Warum nicht? Äh. Ja. Passt. Oh, da sind ja auch welche. Gleich mal eine Granate ranschleichen. Na, sehr gut getroffen. Oh, hier ist so viel Potenzial Loot dann. Was hat der denn für eine Waffe? Oh. Hey. Ich bin nicht kugelsicher. Na ja, ein bisschen schon. Aber jetzt muss ich tatsächlich mal Medizin in Heeler nehmen. So, da oben ist noch einer. Drifti? Nö. Okay. Ich glaube, ist down. Hier ist noch irgendeine Kamera. Da ist was Gutes. Warst du es schon? Ne, irgendwas hieß gerade noch. Ist egal. Die ganzen Xer auf der Minimaps. Ich muss sagen mir, ich muss erstmal schön hier durch looten. Zumindest am Anfang ist es sehr wertvoll, das zu machen. Denke ich zumindest. Ich habe keine Ahnung. Ah, Loot kann nie so verkehrt sein. Können wir nachher sehen, was wir haben. Lass mich da auch gern ein zweites Mal überraschen. Es seien die Farbe ist irgendwie, ne? Golden, dann schaue ich schon eher mal hin, wenn es ein legendäres Item ist. Ansonsten haltens. Kann ich da durch? Nö. Äh, dann den Wegpunkt nach. Wahrscheinlich. Es sieht aus nach Treppe hoch. Keine Ahnung, was Jackie macht. Ach, der macht da unten ein bisschen aerobic. Alter, wie bist du da hochgekommen? Oh, der hat mich grad erschreckt. Boah ey. Und ich dachte, es wird erst gruselig, wenn ich den ersten Subnautica-Teil irgendwann mal let's playe. Wer will reden? Komm schon. Drink Umbrella. Okay, ein Regenschirm, den man trinken kann. Auch nicht schlecht. Medizinzeug. Das ist explodiert. Hier ist es. Glaubt, der will nicht nur reden. So. Oh, ich wurde entdeckt. War es aber nicht gut. Mal die Kamera ausschalten. Kameras sind auch böse. Ey. Was? Wepten glitscht. Ich werde wieder gehackt. Was soll denn das? Hier, nimm eine Granate. Wir haben die da auch so explodieren. Das Zeug, wie hinter mir steht. Also so was. Einfach mal draufhalten. Hör auf mich zu hacken. Das ist mein Ernst. Das kitzelt immer so komisch. Auf wen denn? Was sind das für Dialoge? Kann doch auf niemanden grad schießen. Sind doch alle platt. Und die Kamera noch nicht. Dann war es vielleicht doch ein guter Hinweis, Jackie. Oh, ich höre noch mehr. Oh, nee. Du musst doch erst looten. Na, der brauchte ihm im Hecken. Ja, ist ja gut. Ja. Die Pistole hat ihn gut ausgestalten. Vielleicht war es ja auch Jackie. So, jetzt lasst mich hier mal. Ach, das ist, glaube ich, ein Scheinwerfer. Den kann ich nicht zerstören. Ich dachte, das wäre eine Kamera. Kein Overload. Bringt aber anscheinend nix. Was ist das? Eine Tür. Was hoffe man das ist? Ah, kann ich sogar öffnen. Irgendwas drin? Ja, Munition. Nehme immer mit. Braucht man in dem Spiel wohl reichlich. Vor allem, wenn es so viele böse Typen gibt. Oh, ein Lotto-Ticket. Ich hoffe, das gewinnt auch. War es das? Ich glaube, das war es. Guck mal durch die Tür. Ne, sieht nicht so aus. Das ist Jackie. Das ist nicht die perfekte Positionierung. Was machst du denn? Der Ninja hat irgendwie in der Gegend rum. Äh, bin von der Rampe gefallen. Sorry, das war ein bisschen uncool, Jackie. So, gehen wir halt nach links. Dann ist mal hier. Ne, das ist... Da ist der Rest vom Typen. Den können wir tatsächlich looten. Hier liegt ja noch einer. Und hier ist noch mal Munition. Sehr schön. Mal ein bisschen die Lage scannen. Ah, das sind zwei. Da ist auch einer. Da ist so ein Explosivteil. Kann ich das einfach... Ah, für einen hat es gereicht. War mir nicht sicher, ob die zu weit weg waren. Aber es hat ja gepasst. Also die Waffe, die ich ausgerüstet habe. Die pinke ist echt relativ gut. Gefällt mir, muss ich sagen. Na, wo ist er denn? Da. So, haben wir wohl aufgeräumt hier. Nochmal Munition. Nochmal Loot. Nochmal Loot. Nochmal Loot. Noch eine Waffe. Scheint hier auch. Und noch eine Waffe. Die Waffen werden irgendwie nicht richtig angezeigt als Loot auf der Karte. Oder gehören nicht mehr zur Person. Das finde ich in so dunklen Umgebung ein bisschen schade. Weil dann übersehe ich viel. Zum Beispiel die da. Um ein Haar nicht mitgenommen. Hätte zwar nicht viel gemacht. Aber wäre das jetzt eine gute Waffe gewesen, hätte ich mich geärgert. Wenn ich es dann um ein Haar verpasst hätte. Was ist denn das? War das ein LMG? Ist egal. Ich nehme es. Gut. Dann mal raus von hier. Ne? Oh je. Kriegt man nochmal Gesellschaft. Nicht wirklich. Äh. Boah vielleicht. Ich kann die echt nicht ausstehen. Das klingt gut. Hier steht, ich soll mit dir reden. Also rede. Äh. Auch tschüss. Jetzt rufe ich anschein Daxter an. Ich habe die Bot. Und wie geht's das? Wie geht's das? Wie geht's das? Und wie geht's das Pelotech? Natürlich. Natürlich war es das Problem. Und wie geht's das? Und ich habe mich alleine genommen und habe das Boot genommen. Ich habe einfach den Bot. Wie geht's das? Nicht nur. Ich musste das mal benutzen. Du hast ein bisschen Balls, Herr Richard. Und wie geht's das mit Evelyn Parker? Und wie geht's das mit Evelyn Parker? kann ich in so ein teil hier einsteigen in so einem ledig fahrzeug leider nicht das auto wäre ich gern gefahren gut da hinten sind wir reingegangen und kommen jetzt nicht mehr rein habe ich da gerade richtig raus gehört dass wir jetzt die credits haben sollten doch 10.000 sein und wir haben irgendwie 6000 kann man da wieder hin wo ist denn diese ansicht von letzt mal mit diesen schwarz ihr habt doch letzt mal so eine schöne ansicht einfach auf dem journal genau diese muss ich da rechtsklick drauf machen ja rechtsklick auf journal hilft und dann schatz und dann und wie was bei anderen kann ich jetzt damit was machen ja super das heißt ich habe jetzt das geld auch nicht nicht irgendwas falsch gemacht ist egal wir müssen uns mit jemanden treffen in lissi spa und wir sind gerade im zeitfenster hat mein auto gerade gerufen und das struggle bis hin hier durchzukommen dann gehen wir ihm halt entgegen da ist es ja ich bin hier nicht den lack so schön den lack verkratzen dass das auto so schön bleibt ja da war mal gerade in dieser all foods fabrik sieht aber echt das wäre nicht meine werbung tatsächlich diese ist mir ein bisschen zu fleischig alles interessant dass das geht naja so im kreis nach links irgendwie komische verkehrsführung aber wir werden ja zum ziel kommen die strafzettel wenn welche kommen werden nicht bezahlen also so viel kriminalität muss auf unserer seite hier sind wir ja schon irgendwie schön auf dem bürgersteig abstellen er ist ja genug platz kommt man auch noch rum menschen das zwei coole autos das würde ich am liebsten gern klauen und behalten das hier auch in komplett gold oder kann man gar nicht einbrechen ich glaube auch nicht dass wir das behalten können wir sind auch deutlich zu schlecht noch dafür sind wir denn hier gelandet strip club nice auf jeden fall rein looking a little put out there input interest you in a frame bd what do you got what do we got women and men of your dreams synaptic acting a listers no washed up virtue pornboy toys or blow up dolls here Oh turst them it'll grip your heart and blow your nerves right out of your body Na, auf jeden Fall. Na gut, dann, Dankeschön, dann sehen wir uns jetzt anscheinend ein Strip Braindance an, was auch immer. Dankeschön, oh, ich nehme das, das ist glaube ich für mich, da kommen wir nicht durch, ich mag diese Perlenvorhänge, hui, hui, okay, genug gespielt. Also so viel Party geht hier nicht wirklich ab. Ja. Hatte die ganze Zeit da auf uns gewartet? Hallo. Na komm schon öfter hierher. Wie? Erstmal den Tequila begutachten. Schmeckt es furchtbar, meine Kiele brennt. Tschau Matteo. Oh, in die Lounge. Das ist für mich. Das ist für einen harren Mann, wie dich. Ein bisschen Vanillen und Sprinklern? Oder ein Trinkur. Wax? Vielleicht Elektro-Sex? Zappi? Power-Implante? Entschuldigung, ich war in eine andere Konversation vertieft. Ja, ja, ist ja gut. Hier liegt auch was, kann ich das aufheben? Komm schon. Ja. Na gut. Dann zeig mal, was du so hast. Das muss ich wieder zensieren, super. Da werde ich nicht nochmal hinschauen. Ist mein zweiter Vorname. Ja. Ja. Zensierfrei. Da ist der andere Kind. Dex's Kind. Komm schon, kann ich das nicht hängen lassen. Headhunters. Sie legen ihre Hoffnung andersherum. Nicht in Menschen, aber in einem Ding. Seine Intuition. Sie beten auf Potenzial. Und wenn sie diese Betät verletzen, ist es der letzte Fehler, die sie immer machen. Ich hoffe, Dex's Intuition hat ihm gut in diesem Fall. Ah, ich denke mal. Bin ja der Hauptcharakter. Let's cut to the chase. What do you got for me? Your target. I trust you know what it is. Relic. Secure your soul trinket. Keytek in the program actually. We tangling with Arasaka. Making this heist one dangerous risky motherfucker. Mh, mh. Arasaka spurt billions into personality transfertechnologie. But me. I just want the data on this one. The chip is tucked away inside Compecky Plaza. The hotel. You ever been? Äh, glaub nicht. You know, just never rolled through that neighborhood. Damn shame. The fresh they serve is sinfully good. Chef must have made a deal with the devil. Ist jetzt wieder fresh in den Kontext? In a suite on the top floor. The room's occupied by Yorinobu Arasaka. Yorinobu Arasaka? He's in town? Don't you read the scream sheets? The media couldn't get enough of Yori coming to Night City. It was all over the headlines. Anyway, he's heir apparent to the Arasaka Empire. Saburo Arasaka's only surviving son. What? So Arasaka Jr.'s planning to grab the reins while in Night City? Only a handful of people in Night City know what the Arasaka's real plans are. Telling me you're one of them? Ah. Look. If you've got any spare aces up your sleeve, now's the time to show them. Now this should make your prick perk up. Yorinobu recently swiped the chip from an Arasaka laboratory. He's made a deal with Netwatch. Aims to sell it to them. Have you spotted my ace yet, or do I need to spell things out? Fine. So no Arasaka security on the device, because Yorinobu whisked it away in secret. Now, where's he hiding it? Likely in a specialized container. One that mimics an organic neural environment. On the outside, it looks like an ordinary briefcase. And the case is... You'll see for yourself soon enough. Eh... An den Titten vorbeisehen? Okay. Oh, what's next? Okay, hat geklappt. Follow me. Got something for you. Should help you plan. Na gut. Gut, noch einmal was zum Zensieren. Hey, die ist ja zensiert. Naja, ich mach's trotzdem. Gut, das wär ein Anfang. Oh, ich denk mal. Ich sag, da geht's dann. Steh doch dann in der richtigen Richtung. Ich sag, da geht's doch. Oh, ich sag, da geht's doch. Oh, du. Oh, du. Oh, das ist so wichtig. Judy hat immer da für mich. Ich hab immer dabei gelacht. Ich vertrete dich. Ich vertraue. Aber sie ist ein Mox, nicht der letzte Mitglied der Kruppe. Ich versuche das nicht, zu vergessen. Also, du wirst ein guter Mann sein. Na, immer doch. Oh, können wir hier noch was looten? Ja, tatsächlich. Ich dachte zuerst mal nicht. Äh, ne, geht. Gehen wir mal. Hallo. Hey, da bist du. Das ist V. Er ist hier für den BD-Roll. Und V? Das ist Judy. Bester Braindance-Editor ich weiß. Enough already. Gonna make him marf. Hey, Judy. Kompiled your BDF. What do you think? Will it do? Still pretty raw. But yeah, ought to do. Mhm. V needs to get deep inside. That's most important. Hm, ganz tief. Ich nehm ja nur kurz. Das da. Okay. Die Julie ist schon, schon ein bisschen süß. Würde ich gerne. Hey, kann ich nicht behaupten. Ich denke, ich kann es schaffen. Let's just do this. Righto. Sit down. Settle in. And we'll get you going. Ne, gut. Dann wieder auf so einen Zahnarzt-Sessel. Wir sind es ja gewohnt. Solange sie nicht einen Bohrer rausholt, bin ich zufrieden. Und dann geht's. Okay. 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 Vorallem im Bauch. Könnt auch der Hunger sein. Sehr schön. Sehr schön. Du musst euren Profil testen. Ein Sample-BD-B. Du kannst ihn benutzen, um den Editor zu kennen. Jetzt lass mich mal sehen. Wo können wir... Kann er nicht nur meine Rekorde benutzen? Warum verbrauchen wir Zeit? Also wir riskieren uns nicht? Die Größe dauert sich nicht. Wir haben hier etwas. Das sollte perfekt sein. Nee, wir brauchen nur kein Tutorial dafür. Wir gehen in RAW rein. Das wird nicht lange dauert. Wir gehen in rein. Wir gehen in rein. Plan ist einfach. Nichts anderes. Nicht kreativisch. Du gehst in, holst du Geld, raus. Und wir verkaufen die BD zu den Psycho-Freakern von der Studio. Ich habe es, ich habe es. Und remember, alles auf full Blast. Sie sehen uns extra für ein Wicke Adrenalin. Oh, eine Waffe. Oh, eine Waffe. Oh, wir kriegen Geld. Warum nicht? Ja, das ist sehr beeindruckend, nicht wahr? Es ist zu schlecht, dass die BDs, die wir hier machen, nur gut für die Flog in den Logen. Anyway, bist du bereit, das zu tun? Schau auf deine Waffe. Ich weiß nicht warum. Lass uns einen Pause nehmen. Ich fühle mich noch immer wie das Kind, wenn... Oh, ja. Ich denke, ich bin fertig. Ja, ich streng mich an. Okay, geh an. Ich brauche nur T-Bug, um zu linken. Woah, woah, woah. Wer? Räufer von meiner Crew. Sicherheitsspecialist. Sie wird mir erzählen, was zu suchen, während wir analysieren. Kein Problem, ich hoffe. Eigentlich ist es ein Problem. Nicht, was wir mit uns entschieden haben, Ev. Judy. T-Bug ist professionell. Diskret zu einer Fault. Ja, das frage ich mich auch. Sehr gut, ruf sie jetzt an. Kein Pecky. Oh, so viel. Jemand ist da mit dir? Judy und Evelyn, sie sind entspannt. Sie haben mich über die BD. Uh-huh. Okay. Du sagst mir, was das ist? Listen. Ich brauche deine Hilfe. Ich habe keine Ahnung, was zu suchen, als ich in. Okay. Mal sehen, ob ich dich überrascht. Ich bin jetzt auf deine Technik. So, jetzt geht's los. Ich glaube, wir haben hier so ein gelbes Hinweis Ding. Der Typ vor und sieht aber nicht gut aus. Was hat der denn gemacht? So viel zu, ich brauche kein Tutorial. Na, Caps Lock war es nicht. Da steht hier rechts alles dran. Ach, Tapp. Kann mal hier was gehen. Ah, direkt der Typ ist ein Hinweis. Okay. Sonst noch was? Anscheinend nicht. Dann tappen wir mal zurück. Das ist das schönste Kompliment, das ich heute bekommen habe. Ja. Wer sagt denn sowas? Smasher. Äh. Sympathisch der Typ. Oh, wir sind noch beim Hinweis. Äh, Tapp. Ah. Was ist das hier? Das klingt doch schon mal gut so. Hinweise sind anscheinend fertig. Oder was ist das? Das Alarmsystem wird gar nicht angezeigt. Sie sagt auch nichts mehr dazu. War vielleicht auf beiden Seiten das Riebe. Keine Ahnung. Weiter geht's. Tschüss DukeTreeb im Aufzug. Ich sagte, nein. Sie haben meine Hände für das. Dann, du sollst für eine gute Grunde sterben. Aber, äh. Mach dir selbst komfortabel. Ich brauche eine Minute. Hör auf diese Konversation, V. Es könnte etwas wichtig sein. Okay. Dann muss ich wahrscheinlich Tab drücken. Und mit Shift kann ich Layer wechseln. Das sieht doch richtig aus. Muss ich hier was scannen? Ja. Das ist ja so. Das ist ja so. Das ist ja so. Das ist ja so. Okay. Sehr gut. Zählen die Audiohinweise jetzt als. Okay. Da ist noch einer. Ja. Hier in der Drone. Ventilation und Cooling. Servers. Gute. 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 Dann können wir gleich weitermachen. Gute. 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 Na, ein Glück haben wir den geholt. Hier, da ist noch so eine Bewegungsmilderkamera. Ich hoffe der Braindance hört rechtzeitig auf, weil ich glaube die treiben es irgendwann demnächst miteinander. Ja nochmal was, Pause. Ernsthaft, von da hinten kümmert das hier es gehen. Eine Waffe. Okay. Oh, ein Bärchen. Ah, okay wir haben nochmal einen neuen Hinweis. Ein bisschen zurückspulen. Ich glaube das sind so Melatonin Kaugummis, äh Kaubonbons mit denen er gut schlafen kann. Die hätte ich mir auch mal von der Apotheke geholt. Das hat ganz gut funktioniert. Der Relic muss wirklich cool gehalten werden. Also, die Chips müssen in der Friezer bleiben. Ja, das könnte sonst etwas schlafen. Okay, verwende Thermal-Layer-Detection in der Editor. Dann machen wir mal weiter, wo wir aufgehört haben. Hi. Yam, 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 yam. Dann geht es jetzt wohl endlich los. Ah, okay. Hört doch auf. Dann müssen wir wohl raustappen und zurückspulen. Schauen wir mal, was hier so richtig heiß ist. Äh, so richtig kalt. Oh, wir haben einen Hinweis. Wo denn? Wir sind direkt da. Ah. Da fröstelt was. Na gut, ich glaub dann müssen wir weiter zurück. Bis oben was blaues auftaucht. Da. Direkt auf dem Tisch. Oh, Donaghyse. Sieht aus, wie Herr Arasaka hat etwas zu feiern. Wirklich glaubst du, die Chips da finden? Keine Chance. Tim ist zu hoch. Könnte fluktuieren. Sehr gut. Dann wird er eben noch weiter zurück. Hi. 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 Woah. Wir haben was Neues. Ah. Just a fancy ass fridge. Tip doesn't match the guidelines. Won't find a thing here. Dann geben wir so langsam die Hinweise aus. Okay. Okay. Scheint leuchtet da hinten jetzt was. Sehr gut ich kann noch Tasten Anweisungen lesen. Ich bin doch noch hier. Ja sehr gut wir hatten Feuerwehrauto Tattoo. Einen wunderschönen Typen war nah dran. Ja. 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 Ich habe es alles unter Kontrollen. Und wenn du aufhörst und sie knacken auf meine Tür. Judy relax. Das wird nicht passieren. Ja. Kann ich endlich wieder aufstehen? Kann ich noch was looten? Nein. Gut. Dann raus hier. Er sitzt nun und jetzt soll ich gehen. Was denn? Warum nimmt das auf einmal? Oh. 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 Dex erfährt das ja sowieso. Oh. 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 Ich werde es nicht so gut machen. Ich werde es nicht so gut machen. Ich werde es nicht so gut verhindern. Dex ist nicht der einzige Verlust in der Stadt. Aber meine Offen ist der einzige, den du nie bekommst. Ich werde es mir denken. Ja. Wenn du mich brauchen, kenne dich. Ich werde dir mein Nummer geben. Okay. Okay. Good luck. I need a few words with Judy. Na gut. Dann mal raus aus dem Club hier. Wir sind alle bereit. Ready to go. What now? Now we do the job I hired you to do. Grabbing that vital shit. We'll talk about the rest at the afterlife. See you there? Great. Be there in no time. See you Mr. B. Ich werde mich da raus. Jetzt da raus. Er ist auf jeden Fall Zeug zum Aufsammeln. Okay. Anscheinend ist der nächste halt dieser Loot hier. Und was leuchtet da so schön? Karten. Warum nicht? Nochmal Medizin. Okay. Hey. Jetzt komme ich hier raus. Okay. Jetzt sind wir draußen. Okay. Nächster Punkt ist ... Dann geht zum Afterlife. Besprechen anscheinend nochmal die Deeds mit Dex. sowieso schön heiß. Ich würde sagen, das reicht für die Episode. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. mal trail Mira. Wir sehen uns beim nächsten Mal. почти Crazy.